Hallo liebe Gummelfleischfreunde, heute möchte ich euch einen ganz neuen Trend aus den USA vorstellen, das Smoky Rib Eye. Wir räuchern das Rib Eye im Ganzen langsam über Buchenholz und schneiden erst dann die Steaks. So erhält das Fleisch seinen einzigartigen Geschmack. So, jetzt noch etwas Salz und dann viel Spaß mit einem Smoky Rib Eye.